Hallo, mein Name ist Sally Zwiener, ich bin 13 Jahre alt und für die EM habe ich mich mit der latent H qualifiziert und das ist meine erste EM. Ich starte für den SRC Lambrechtshausen und mein Trainer ist der Christian Jutzer. Das Besondere an meinem EM-Pferd ist, dass sie mir immer hilft und eine super Kämpferin ist. Ich reite seit ich vier Jahre alt bin und angefangen habe ich, weil ich mit Pferden aufgewachsen bin. Meine bisher größten Erfolge sind der Sieg letztes Jahr im Audi Landescup, dann im St. Giovanni, Sieg im Grand Prix. Meine Hobbys neben dem Reiten sind Schwimmen, Skifahren. Gute Ergebnisse zu erzielen und eben ein gutes Team mit den anderen zu sein und auch mit dem Pferd und Spaß haben. Gute Ergebnisse zu erzielen. Gute Ergebnisse zu erzielen. Gute Ergebnisse zu erzielen.